Wow! Alles, was Sie hier an mir sehen, bis auf die Schuhe, hat dem erstbesitzer des Etwies gehört, meinem Ur-Ur-Großvater. Ach, hör auf! Ich liebe alles, was Geschichte atmet. Vor allem alles, was aus den 20er-Jahren kommt, dass es so mein Stecken fährt. Die Autos, die Kleidung, vor allem die Musik. Du bist ein sehr interessanter junger Mann. Also die Entstehungszeit für dieses Zigaretten-Etwied, die hätte ich auch genau um 1920 verortet. Es ist ein super Zustand und deswegen liegt hier auch mein Schätzpreis bei runden 1.000 Euro. Wow! 1.000 Euro. 1.050. 1.100. 1.150. 1.200? 2.250. Ich mag gerne weiter mit 1.500. Ich habe selber auch eine kleine Silbersammlung von kleinen Kostbarkeiten, da würde das wahrscheinlich auch einen guten Platz bekommen. Dann wird sich das in Ihre Kronjuwelen einreihen. 1.550. Dann mache ich weiter mit 1.600. Das wäre ganz in meinem Sinne. Ich glaube, wir sind mal beide glücklich. Stimmt, schön. Gratulation. Das freut mich.